Also die Jury bewertet von Punkten Null. Das ist die absolute Katastrophe. Möchten wir nie wieder hören. Raus mit den Menschen. Sein Instrument am besten aufessen auf der Bühne. Jeder der Künstler hat hier ein Sparschwein, wo man am Ende des Abends so viel Geld reintun kann, wie viel es ihm wert war. Ich brauche 4141 Euro, um aus meinen Liedern ein Album zu machen. Und deswegen bin ich hier bei Star Next und bitte dich um Unterstützung. Mich interessiert eigentlich mehr die Person hinter dem Lied oder die Geschichten, die diese Person erzählt. Weil ich das Gefühl habe, ich erkenne mich darin wieder oder ich habe die Möglichkeit, da irgendwie emotional anzuknüpfen. Entweder ist es traurig oder es macht mich total glücklich oder so. Man kann ohne Probleme jede Woche zweimal irgendwo spielen in Hamburg. Das heißt aber nicht, dass man dafür Geld bekommt. Und das ist das Problem letztendlich, wenn man das ausschließlich machen möchte. Dass man irgendwann anfangen muss, damit Geld zu verdienen. Und das ist das Problem Europapunkt in Hamburg ... Ja. Oh, ich bin wieder da Ich weiß noch genau, ich stand, wie ich mich lach Oh, ich bin wieder da Hey, komm rein Ich glaube, dass viele Menschen gerade auch wieder so ein bisschen nach Inhalten streben und keinen Bock mehr auf diesen oberflächlichen Kram haben Ich kenne mich wieder, sing wieder, wieder, ich bin wieder da Oh, ich bin wieder da Oh, ich bin wieder da Ich weiß noch, ich bin wieder da Ich weiß noch, ich bin wieder da Ich weiß noch, ich bin wieder da Vielen Dank.